hallo sammelfreunde die premier league ist zurück aus der corona pause geht passend zum austragungsort direkt mal in eine englische woche und da wir die mini tin der premier league adrenalin xl 2019 20 grad von panini bisher noch nicht im video hatten ist das jetzt die ideale gelegenheit mal ein blick auf und in dieses produkt zu werfen panini hat netterweise noch eine mini tin für mich aufgetrieben um sie euch zeigen zu können und auch wenn hier die plastik banderole mit dem signal grünen aufkleber der erklärt was alles in dieser mini tin ist bereits fehlt ist ja ansonsten inhaltlich komplett vollständig kurzer blick auf diese mini tin selbst die diesem rot goldenen design der diesjährigen adrenalin xl kollektion daher kommt kurzer blick auf die rückseite damit wir die auch einmal im bild hatten und jetzt machen wir das gute stück mal auf und sehen dass oben auf unsere zwei limited edition cards liegen die immer in dieser box enthalten sind hier gibt es eine feste zuordnung heißt also wer sich weitere mini tints kauft wird stets die zwei gleichen limited edition cards darin finden die liegen wie ihr seht oben auf und das ist leider der einzige große makel der sich durch die mini tints von panini zieht denn je nachdem welchen weg diese mini tints bereits hinter sich haben sind diese lose in den tints liegenden cards bereits mehr oder weniger stark in mitleidenschaft gezogen wie das hier aussieht wollen wir uns jetzt mal anschauen zunächst mit unserer ersten limited edition card von leandro trossard von brighton und die zweite limited edition card ist mohamed salah von liverpool so und wenn ihr euch jetzt mal die ecken anschaut von einer solchen karte dann seht ihr dass das hier alles schon leicht gebogen und angestoßen ist muss das mal ein bisschen anders halten dann wird das auch entsprechend scharf in der kamera und bei trossard ist es nicht viel anders da haben auch leider die ecken schon ein wenig gelitten insgesamt gesehen ist das hier noch einigermaßen im rahmen aber es gäbe sicherlich in möglichkeiten wie sich sowas mit relativ geringem zusatzaufwand vermeiden ließe und jeder sammler dann auch deutlich mehr freude an diesen kz das also wie gesagt das grundsätzliche leidige problem von eckigen karten in einer abgerundeten mini tin und mangels des vorhandenen aufkleber das haben wir jetzt natürlich am anfang gar nicht erwähnt was ich sonst so drin befindet ihr seht 6 booster sind noch in dieser mini tin enthalten also eine richtig umfangreiche bestückung für eine solch kleine metalldose und der preis für eine solche mini tin liegt bei 6.99 und panini bietet sie im deutschen online shop sogar etwas günstiger an denn mit 6,99 euro ist das ganze im währungsvergleich etwas günstiger so jetzt wollen wir natürlich noch wissen was für an special cards aus unseren boostern ziehen für alle die noch nicht so viel zu der kollektion gesehen haben hier nochmal die übersicht was in einem solchen buchse enthalten sein kann jetzt legen wir los mit booster nummer eins und finden darin direkt eine elite karte von jefferson lerma von borne miss und darunter sogar noch eine zweite special card mit tyron minks als hero von aston villa das geht doch schon mal gut los mit zwei special cards und unsere base karten sind dann noch james mccassey von everton, joe hart von burnley, charlie daniels von borne miss und pierre emmerich obameyang von arsner weiter geht's mit booster nummer zwei und hier ist sogar ein bisschen was umgedreht und zwar ist das eine power pairing karte von conti und jorginho von chelsea dann haben wir heuming sonn von tottenham als hero karte ryan frazer von borne miss, rob holding von arsner, jett stier von aston villa und shane duffy von brighton als base cards booster nummer drei und dort finden wir unsere erste savage six karte mit sadio money vom fc liverpool darunter noch mal was umgedrehtes und das ist ein game breaker billy sharp von sheffield united der uns glaube ich bisher in jedem video zu dieser kollektion begleitet und bleiben wir uns noch in der base cards mit calum wilson, leroy sani, demirai grey von lester und james mccassey von crystal palace so zweite hälfte, drei booster verbleiben uns noch los geht's wieder mit einem game breaker diesmal mark noble von west ham united dann haben wir die hero karte von chris wood von burnley und als base karten bleiben uns dann noch yannick westergaard von southampton ducoury von wardford adam smith bornmuth und takowski von burnley vorletzte booster der zerlegt sich ein bisschen ungewohnt und beginnt wieder mit einer power pairing karte diesmal shivel und pereira von lester als hero finden wir ruben neves von wolverhampton und unsere base cards calum hudson-odoy von chelsea rodri von manchester city victor lindelöw von manchester united und marco stiepermann von norwich und dann sind wir beim letzten booster aus dieser mini tin angelangt in dem finden wir einmal die spielregeln und noch eine weitere savage silks karte von rahim sterling von manchester city und darunter eine top keeper karte von keeper arizabalaga von chelsea bleiben noch vier base cards willy bulli von wolverhampton trezegh von esten öhler wayne hennessey crystal palace und ricardo pereira von leicester city so und mit zwei savage silks und zwei game breaker karten sind wir glaube ich auch richtig gut aus diesem unboxing gekommen wenn man bedenkt dass diese karte nur in jedem sechsten beziehungsweise siebten booster enthalten sein sollen und auch bei den hero karten liegen wir leicht über dem auf dem booster angegebenen schnitt von daher die mini tin ein produkt was sich preislich auf jeden fall rechnet wenn man die limited edition cards sammelt wird man sie sicher ohnehin einmal mindestens holen einziger kleiner schönheitsfehler bleibt wie gesagt dass diese limited edition cards lose oben aufliegen und daher oft schon leicht bis deutlich in mitleidenschaft gezogen sind bis man sie wieder aus dieser mini tin befreit euren eindruck zu dieser mini tin und den enthaltenen karten gerne unten in die kommentare ich freue mich da auf euer feedback genauso wie über ein däumchen nach oben für dieses video vergesst nicht den kanal zu abonnieren wenn ihr künftig nichts verpassen wollt und dann sehen wir uns zum nächsten video wieder bis dahin macht's gut tschüss jetzt